Heute schauen wir uns auf jeden Fall die Drop Details zum nächsten Comic NFT Drop von Marvel an. Außerdem schauen wir uns auf jeden Fall die Drop Details zum Disney Oswald The Lucky Rabbit NFT Drop. Und außerdem ist die Frustration in der Community sehr sehr hoch und auf dieses Thema werden wir heute auf jeden Fall nochmal genau schauen. Ich werde euch meine Meinung sagen und all das werden wir heute in diesem Video besprechen. Willkommen an Bord, ich bin es dein Captain, dein Vivi OG mit den wichtigsten Videos, die du auf jeden Fall da draußen wissen solltest. Und ich würde sagen, wir starten heute an dieser Stelle direkt rein in die wirklich sehr spannenden, abwechslungsreichen Themen. Als allererstes gehen wir auf jeden Fall auf den kommenden Drop ein und zwar nämlich den Drop von morgen und zwar nämlich von Amazing Spider-Man Hashtag 2. Der wird nämlich am Donnerstag um 17 Uhr deutscher Zeit droppen. Das sind einmal die Cover, die wir dort sehen werden. Ansonsten ist das Comic tatsächlich wieder eine super limited edition bzw. bekommen wir nur 7500 Editions, was anscheinend jetzt die neuen 10.000 sind. Außerdem wird der ganze Drop nochmal 10 Gems kosten, das heißt wieder der letzte Drop und wir werden an dieser Stelle natürlich wieder exklusive Rare und Ultra Cover haben. Und wie ihr seht auf jeden Fall hier auch wieder ein Purchase Limit von mindestens einem Comic pro Account. Der Preis des Comics ist außerdem sehr interessant, weswegen das für mich definitiv ein Buy ist bzw. ich versuchen werde überhaupt eins zu bekommen, wenn das möglich ist. Als nächstes schauen wir uns auf jeden Fall den nächsten Collectible Drop an für Freitag, der laut David Yu hier ein heiliger Graal sein soll, denn das ist ja tatsächlich der Oswald bzw. Oswald der Lucky Rabbit und dieser war vor Mickey Mouse tatsächlich sogar schon da. Deswegen ist das Ganze natürlich wirklich ein OG Collectible und wir schauen uns auf jeden Fall die Drop Details an für Freitag um 17 Uhr deutscher Zeit. Gibt es da insgesamt drei Collectibles, natürlich wie immer im Blindbox Format und das Ganze wird auf jeden Fall hier einmal mit diesem Collectible starten, mit Animation und Sound. Ihr seht das an dieser Stelle jetzt hier auch schon mit der Animation. Wir werden hier insgesamt für diese Rare 60 Gems bezahlen müssen pro Blindbox und eine Editionzahl von 4927 Stück für diese Rare an dieser Stelle. Und wir werden hier die First Appearance bekommen. Als zweites haben wir dann hier eine Secret Rare bzw. wir werden insgesamt zwei Secret Rares an dieser Stelle nicht verwirren lassen. Wir haben hier einmal diese eine Secret Rare mit einer Editionzahl von 938 Stück, natürlich eine First Appearance. Und als letztes haben wir dann hier noch eine zweite Secret Rare an dieser Stelle hier mit einer Editionzahl von 927 Stück. An dieser Stelle kann man sich wirklich streiten, ob das jetzt so klug war hier die Wahl mit diesen zwei sehr eigentlich gleich aussehenden Posen. Aber gut, an dieser Stelle ist Disney dafür verantwortlich und nicht Vivi. Das heißt, Disney hat hier an dieser Stelle diese Posen ausgesucht und hat sich dafür entschieden. Also ja, dafür kann Vivi an dieser Stelle wirklich ziemlich wenig. Aber gut, ansonsten ist das auf jeden Fall ein Job, den ich persönlich versuchen werde mitzunehmen. Die Rare wird sehr wahrscheinlich unter Droppreis gehen. Ansonsten, die Secret Rares werden wahrscheinlich über Droppreis sich halten können. Und ansonsten gehen wir auf ein Thema ein und zwar nämlich, was viele Leute momentan unter anderem auf Twitter beschäftigt. Und zwar nämlich die Frustration über viele Dinge, die einfach bei Vivi momentan nicht laufen. Beziehungsweise sind natürlich auch Ecomi mit eingeschlossen. Schauen wir uns aber auf jeden Fall mal erstmal an, worum geht es denn jetzt überhaupt hier. Und dazu schauen wir uns am besten hier diesen Tweet von Sam Ellis an. Sam Ellis ist mit einer der Influencer auf Vivi, beziehungsweise auf Twitter, die auf jeden Fall Vivi schon relativ lange unterstützen und relativ positiv sind. Aber doch in den letzten Monaten ja immer wieder auf jeden Fall hier auch kritisch geworden sind gegenüber Vivi. Und jetzt hier, dieser Text sagt dann eigentlich schon alles. Und zwar er selbst ist an dieser Stelle wirklich sehr frustriert, da er die Firma, die seit 2021 an dieser Stelle unterstützt, ja nicht mehr anscheinend dieselbe sei wie in 2023. Da muss man einfach mal auch ganz klar einen Schritt zurückgehen, denn wir sind gerade einmal 25 Tage in 2023. Und ja, ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen vielleicht zu hoch gegriffen ist, wenn wir jetzt bei Mitte des Jahres wären, hätte ich das vielleicht verstanden. Aber bei 25 Jahren erstmal im neuen Jahr hier schon so einen Winst zu machen, dass man die Firma seit 2023 nicht mehr wiedererkennt, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz, wo ich ihm aber tatsächlich zustimmen muss. Und das ist tatsächlich auch richtig, dass natürlich hier Versprechen nicht eingehalten wurden, beziehungsweise auch nicht geliefert wurden. Was er damit meinte, sind zum Beispiel einmal das Merging von Accounts. Ja gut, und MCP war jetzt erstmal sowas, was sie noch hinten dran geschoben haben. Aber auf jeden Fall das Merging von Accounts, worauf wir im Prinzip jetzt auch schon wieder seit einem Monat warten. Natürlich war dazwischen ein bis zwei Wochen wirklich ziemlich wenig los, einfach durch neue Feiertage und so weiter und so fort. Ich glaube, das kann man niemandem vorwerfen. Ja, aber ansonsten geht hier momentan ziemlich wenig voran. Ansonsten geht ihr hier auf jeden Fall nochmal auf die Sachen mit den Spider-Mans ein von IMX, diesen sehr komischen Transaktionen. Ich werde euch hier nochmal unter dem i, für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, das Video empfehlen. Da zeige ich dir auf jeden Fall nochmal, was es da auf jeden Fall mit den Spider-Mans auf sich hat und was da eigentlich los ist um diese ganze Geschichte. Ja, und ansonsten sind hier auf jeden Fall laut ihm viele Sachen auf jeden Fall nicht wirklich richtig am Laufen. Für mich persönlich hat sich an dieser Stelle hier nicht wirklich viel am Fundament geändert. Aber das ist gerade das Problem eigentlich, wir kommen nicht wirklich voran. Und das ist wahrscheinlich ein Problem, was Vivi tatsächlich schon relativ lange hat, denn es wird wahrscheinlich viele Gründe geben, warum wir bei Vivi nicht vorankommen, beziehungsweise Ikumi auch nicht wirklich vorankommt. Und das werden wahrscheinlich einfach die Punkte sein, dass sie einfach sehr, sehr viele Feuer haben, die sie löschen müssen, aber tatsächlich gar nicht erst mit dem Bau überhaupt von Vivi beginnen können. Unter anderem Brände, die auf jeden Fall waren, waren zum Beispiel das Thema Payout, wo dann einfach viele, viele rechtliche Dinge sehr, sehr schwierig geworden sind. Unter anderem war dann natürlich auch noch das Thema mit den Bots, wo sie auch sehr, sehr viel Energie und Zeit wahrscheinlich reinstecken mussten. Ja, und dann war einfach wahrscheinlich auch einfach eine sehr schlechte Strukturierung im gesamten Unternehmen da. Jetzt mit Mitch, einem neuen Mitglied, wird das Ganze wahrscheinlich etwas besser werden. Abläufe werden strukturierter werden. Aber das Ganze braucht ja auch einfach ein bisschen, bis man wirklich die Struktur dann im Unternehmen hat. Das sind wahrscheinlich alles Punkte, die mit rein spielen und wahrscheinlich hier auf jeden Fall auch einen Einfluss auf die Produktivität des Vivi-Teams haben. Außerdem haben sie jetzt gerade auch nochmal zwei neue Developer eingestellt. Die müssen natürlich auch wieder eingearbeitet werden. Das heißt, das frisst dort auch mehr Zeit und eigentlich auch mehr Energie, als dass sie dann im Prinzip auch wirklich produktiv arbeiten können. Das sind alles Dinge, die wahrscheinlich das Ganze einfach hier momentan beeinflussen. Für mich persönlich, wie gesagt, hat sich an den Fundamentals nichts geändert und ich sehe das Ganze eher wirklich als große Depression und glaube, dass es auf jeden Fall hier auch wieder positiv bergauf gehen kann in den nächsten Monaten. Aber dafür muss Vivi dann auch wirklich liefern. Ansonsten sieht das auf jeden Fall sehr schlecht aus. Ich gebe dem Team ansonsten sechs Monate noch in etwa. Dann werden sie wahrscheinlich auch nochmal ordentlich FAT bekommen und ja, weil einfach viele Leute dann auch keinen Bock mehr haben, weil MCP, UUP und so weiter einfach nicht kommt. Und ich glaube, da muss auf jeden Fall das Team hier sehr, sehr gut performen. Einfach jetzt mal in den nächsten Monaten, dass da auch einfach die Community befriedigt ist bis zu einem bestimmten Teil und dann auf jeden Fall hier weiter arbeiten kann. Ansonsten könnt ihr mir auf jeden Fall mal sehr gerne eure Meinung zu diesem gesamten Thema und in die Kommentare schreiben. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, wie du zu diesem momentanen Zeitpunkt drauf bist. Bist du frustriert oder bist du ganz locker und sagst, hey, ich weiß, woran ich investiert habe und ich bleibe trotzdem dabei. Ansonsten gehen wir noch hier auf jeden Fall auf eine Sache, die ich in meinem letzten Video schon angesprochen habe. Und zwar nämlich in dem Video, wer eigentlich in Vivi bzw. in Ecomi investiert, kann ich euch auf jeden Fall nur sehr ans Herz legen, wenn ihr wissen wollt, wie viele Anteile eigentlich wer bei Ecomi hält, wem eigentlich wirklich das Unternehmen gehört und wer auch dort rein investiert und was für Risikokapitalgesellschaften dort investieren. Ein weiterer Punkt, der mich auf jeden Fall auch sehr interessant und auch sehr stutzig gemacht hat, ist hier nämlich bei meiner Research, dass ich nämlich auch auf diese Seite gestoßen bin. Und zwar nämlich hier von Crunchbase, die unter anderem hier auch nochmal aufzeigen, wer denn Ecomi eigentlich ist, wie viele Mitarbeiter. Ihr seht ja auch schon hier gerade 11 bis 50 Mitarbeiter haben sie. Ich gehe mal von aus, 50 Mitarbeiter in etwa momentan. Natürlich auch noch sehr, sehr viel extern, keine Frage. Aber so, was das Unternehmen wirklich umfasst. So, das Interessante kommt jetzt aber tatsächlich hier unten. Und zwar nämlich, was für eine Industrie sie eigentlich sind. Und da können wir im Prinzip schon ein bisschen rauslesen, wo das Ganze hingehen könnte, in welche Richtung. Und hier sehen wir zum Beispiel Casual Games, Digital Media, Fantasy Sport, Fintech, Gamification, Gaming, Social Media, Social Network und Videogames. Und Videogames ist ein sehr springender Punkt. Wir haben hier natürlich schon mit den Omi Burn Projekten, im Prinzip Videospiele. Aber ich gehe davon aus, dass wir hier auf jeden Fall in wirklich auch die Richtung Gaming definitiv noch mehr gehen werden. Und das ist auf jeden Fall, ja, mit einer der interessanteren Punkte, auf jeden Fall auch bei Ecomi. Das ist mit auch einer der Fokuspunkte sein wird bei Ecomi, auch wenn wir das vielleicht momentan nicht so ganz wissen. Aber, ja, ich denke, diese Firmen haben hier auf jeden Fall auch die Connection mit Vivi selbst, um einfach auch diese Daten dort herzubeziehen. Aber ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass wir hier in Zukunft einige Spieler auch in Kooperation mit Vivi sehen können. Für Web3 zum Beispiel von Disney oder auch zum Beispiel von vielen, vielen anderen Lizenzgebern. Und ansonsten war es das an dieser Stelle mit dem gesamten Video. Wenn dir da draußen das ganze Video gefallen hat, dann gebt dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke mich auf jeden Fall bei dir da draußen fürs Zusehen und wünsche dir noch einen wunderschönen Morgen mit der Kanal. Bis dahin, dein Käpt'n. Ciao, ciao.